Wie dann immer bei diesem Gipsstrip? Ja. 22? Ja. Achso, dann machen wir weiter. Vielleicht müssen wir irgendwo dicht reinfahren. Hey, die haben sie da, oder? Ich schaff das. Wenn ihr nicht reinkommt, vor mir sind sie dran. Sagt, sonst vor mir rein. Ich bin nicht. Ja, komm dran. Okay, dann machen wir den nächsten. Was? Nee, ich will verdienen. Dann trink doch, ich kann doch alleine verdienen. Ein Planetenzerstörer, weißt du? Da wo? Genau. Das kommt jetzt natürlich rein der Reine. Also das kommt jetzt. Stimm. Das sind ja noch nicht rein. Dann kommt es nicht rein. Gibt es den Korn ja rein. Ich habe einen Schpaar mit dem Schpaar. Da kann man sich nicht mehr schlafen. Man muss sich nicht mehr schlafen. Das war's. Ja. Vier kam heute, sind wir schnell. Letztes Mal sind wir neun gefahren. Ohne Finne. Vier. Ich kann wirklich das Ding nur kurz zur Seite legen. Letztes Mal lief das von alleine. Also nie wieder ohne Finne. Nee. Wir brauchen eine Hilfe zum Ausklappen. Irgendwie so. Kann ich schätzen nur. Ich würd gern mal kurz mein Handy dahin heben. Ja, dann machst du auch fast. Ja, du treffst schon mal wieder nach links. Aber du hast gesagt, mach mal. Also mach ich jetzt. Ich habe nur gelockt. Ich wollte eigentlich schon mal im Regenradar gucken, was da noch kommt. Aber ich bin normal, wir haben es genau richtig wieder gemacht. 60 Meter. Ja, 60 Meter ist das der Baum hier nicht. Dann ist entweder der Nächster da vorne oder ich will es nicht. Ich würde sagen, dass wir getrautene Rechte haben. So, bitte. Trotz ist 30 Meter. Wenn ich schon sagen darf. Gute. Was ist jetzt? Wenden, weil gegen Strom zu bremsen ist leichter. Ich sehe nicht. Du, ich will hier nicht an ihn. Ich will hier nicht an ihn. Da fahren wir erstmal andersrum. Und dann fahren wir ran. So, wie viele Meter sind es denn jetzt hier noch? 15. 15. 9. 11. 11. 11. 11. 11. 12. 11. 11 in welche Richtung? Dann fahr'n wir zum nächsten Pfeffer. Dann fahr'n wir zum nächsten Pfeffer. Nein! Noch nicht. Was du an dem Toten machst? Aber das seh' ich nicht. Drei Meter jetzt. Ah, drei Meter. Nein. Noch nicht. Da ist ein Weg. Ob das bei allen kriegst. Jetzt muss. Dann geb ich hier irgendwo. Ich steh' es nicht. Ich auch nicht. Ich steh' es nicht. Ich fühl mich über da draußen. Ha. Ja. Hm. Ein Tipp. Ja. 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 Es kommt jetzt vier, was weiß ich noch nicht. Ist das eine Gegner oder was? Stimmt, 440 Meter, eine Gegner. Na dann, was muss ich? Mach ruhig, ich kann raus. Das ist ja mit dem Test, ich wollte ja heute mal gucken, ob das gut geht, mit dem ich mir schon was vorgestellt habe. Und dann können wir nächstes Wochenende mal die Neiße machen. Die kleinen Passagiere von Bord. Die sind ja noch nicht fertig. Wollen wir noch die Prette ins Wasser halten? Bleiben wir doch. Nehmen wir uns doch. Nehmen wir uns doch. Das ist jetzt geschafft. Wir sitzen auf Wasser und auf Luft, das kann nicht hart sein. Das ist rot. Das ist nicht, wenn wir drauf sitzen. Das ist ganz hart. Das ist ganz hart. Das ist am Motorboot. Das sieht aus wie diese Dinge, die man im Feiern hat. Ja. Das ist ein bisschen merkwürdig nach Ruhen. Ach so, ja, ja, ja. Da wachsen solche Pflanzen, die man zusammen verarbeitet, die haben sehr ähnlich. Die Pflanzen. Die Pflanzen. Das ist ja so. Da sind wir so am Boden. Ist das ein bisschen? Das ist schön. Das ist schön.